Darf ich vorstellen, das ist Sleave. Sleave, nicht Steve. Und das ist mein Samsung Galaxy S22, für das ich schon diverse, wirklich gute Cases getestet habe. Aber ein Smartphone fühlt sich ohne Case halt immer noch am besten an. Und gerade so ein kompaktes Smartphone wie das S22 soll ja auch so klein und handlich bleiben. Kommen wir aber wieder zu Sleave. Sleave kommt in einer komplett recycelbaren Verpackung innerhalb weniger Tage zu euch, wenn ihr bei der Firma Viuca bestellt. Bei Viuca handelt es sich nämlich um ein kleines Familienunternehmen aus Berlin. Vieles Gutes kommt aus Berlin. Die Ärzte und Viuca. Okay, mehr fällt mir gerade nicht ein. Sleave ist aus super weichem europäischem Leder handgefertigt. Sleave ist super dünn und von innen, um die Gläser eures S22 zu schützen, befilzt. Weder Pages noch Word kennen dieses Wort, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das S22 verschwindet so leicht in Sleave, dass man meinen könnte, es verzieht sich freiwillig gerne in sein neues, weiches, hochwertiges Zuhause. Da ihr als Eigentümer aber die Macht über euer Smartphone habt oder zumindest haben solltet, könnt ihr das Galaxy auch sehr leicht wieder aus seiner Luxushülle befreien. Das Leder ist so weich und so dünn, dass die Wireless Charging Fähigkeit des S22 natürlich voll erhalten bleibt. Mit 25 Euro finde ich den Preis von Sleave mehr als angemessen. Sleave hat auch noch einen Bruder, der sich Sleave Snap nennt. Der hat dann noch einen Snap Verschluss. Wer hätte das gedacht? Ich nutze Viyuka Cases bereits für mein iPad Pro und mein iPhone 13 Pro. Viyuka bietet für viele Smartphones und Tablets, Apple Watches, Macbooks und so weiter schickes Zubehör. Einen Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Was sagt ihr zu Sleave? Ich bin begeistert. Ich habe Schutz, wenn ich Schutz brauche und habe das volle Smartphone Feeling, wenn ich es nutze. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen kleinen Kanal abonniert und mich auf meiner Reise begleitet. Das Wichtigste aber, bleibt interessiert. Bis dahin, bye bye.